Wir haben gut angefangen, denke ich, und haben uns offene Würfe kreiert vorne. Der Ball lief gut. In der zweiten Halbzeit hat Heidelberg einfach härter verteidigt, hat ein paar Sachen umgestellt und wir hatten viele Turnovers. Ich hatte einige, beim Ballvertrag hatten noch Justin und Oma ein paar. Da hat Lowry sehr hart verteidigt. Das war schon eine andere Nummer als in der ersten Halbzeit. Alle Spiele live, nur bei Magenta Show.